so leute jetzt wisst ihr bescheid wir machen ein neues projekt das heißt storm shadow was genau und wer da alles mitmacht werdet ihr erfahren in einem weiteren video am 7.7 also ihr müsst euch noch etwas gedulden das war jetzt schon mal ein kleiner vorgeschmack auf das was ihr da sehen werdet es ist auf jeden fall ein minecraft projekt mehr sage ich euch nicht wobei doch am 20.6 merkt es euch da kommt der trailer von storm shadow raus also seid auf jeden fall gespannt wie ein flitzebogen denn es wird mal wieder prasend so so